So, das ist wie immer der Ferdi. Das bin ich. Und wie ihr seht, der Ferdi hat sich die Pfote verletzt. Wie wir letztes Mal trainiert und Ball gespielt haben, ist das Problem bei den Steffs, die sind so nögel. Die haben so extreme Kraft und wenn er rutscht, der Boden ist rutsig und er bremst und er rutscht jetzt in so eine Wurzel rein, jetzt hat er sich den Nagel ins Nagelbett, zum Knochen hinter ihm gestessen und vorne ausgehebelt. Jetzt ist am Freitag operiert worden, die Kralle entfernt worden, das ist alles schön versorgt worden und jetzt hat er seit Freitag einen Verband, wo es ja grundsätzlich nicht schlimm war. Und wie man sieht, jetzt steht er auch auf vier Füßen. Das Lustige ist nur, wie man sieht, er geht auf drei Haxen. Also, der geht sogar über die Sting auf drei Beinen. Also, ihr seht es, der macht das total geschickt. Weil man immer sagt, der Hund hat drei Füßen. Also, der Ferdi hat mit drei Füßen kein Problem. Der will sogar Ball spülen. Ich meine, beim Stehen oder beim Pinkeln belastet er. Aber wie ihr seht, er streckt den Fuß immer so weg und hoppelt durch die Gegend. Aber er will Ball spülen. Also, das mache ich schon. Es geht ihm gut, er hat auch keine Schmerzen. Obwohl er kein Schmerzenmittel mehr kriegt, weil ich denke mir, es ist mir lieber, wenn er bloß schmerzend und ruhig ist. Es ist nicht, weil ich ihm gerne leiden lasse, sondern weil es nichts bringt. Wenn er mit Schmerzmittel vollbumst, er gespürt sich nicht. Und schont sich natürlich dadurch auch nicht. Das macht lieber... Aber ich bin so ein Stockel. Und so rennt er die ganze Zeit durch die Wohnung, hin, her auf drei Beinen. Stiegen, rauf, stiegen, runter, alles auf drei Beinen. Den Fuß immer so weggestreckt. Das schaut so witzig aus, aber für mich ist das jetzt irgendwo... Weil ich bin es vom Bärte grünnt. Dem Bärte war der Verband. Wurscht, der ist grünnt. Der Verband ist geflogen, das Blut ist gespritzt. Ja, dir war das wurscht. Und er ist so... Ach, ich habe ihn wie lieb. Ich habe ihn auch lieb. Ich habe ihn auch lieb. Ich habe dich so lieb. Wollte ich euch noch zeigen. Also wir fallen jetzt einmal trainingstechnisch für zwei Wochen aus. Also eher ich nicht. Ja, kein Mäuse. Mein Mäusezahn. Mein Mäusezahn. Juhl. Juhl. Vielen Dank.